Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem oder unserem neuen Video. Also ich bin jetzt auf der Leiter, ich gehe zum Dings hoch, zum, keine Ahnung wie das heißt, hab vergessen. Und wollte jetzt Julian pranken mit Öl über die Rutsche scheuen. Ja, wir sehen ob das klappt. Ich muss jetzt mal die Kamera, die Position, oder auch muss ich. Leute, ihr, warte mal, Leute, so aufschrauben und jetzt kann ich sie euch zeigen. Hier, da ist schon Öl und so drin. Ich streis jetzt rüber. Ja, halt, da muss er runterrutschen. Und dann, ich muss ihn jetzt mal holen, Leute. Ich muss ihn jetzt mal holen. Also, dann rutscht er halt rund. Und, ähm, ähm, äh, ja, Leute. Und dann rutscht er halt aus. So, ich hol ihn mal jetzt. Warte. Oh, du bist ja schon da, ne? Ja. Ähm, ich wollte, ob der Rutsche ist, macht viel mehr. Also, da oben in dem Haus? Ja, du willst. Achso, was ist denn da? Äh, hast du noch was hier drin? Okay, warte. Nee, ich. Hör auf und zurück, zurück, okay? Wir müssen, was da oben ist. Let's go! Warte, 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 warte. Oh, Alter. Na ja, richtig. Digga, du. Klingel. Boah, der Herr Jössi. Digga, was wirst du eigentlich? Ja, aber ich streit mich mit Gras-Helmchen. Ich bin voll hässlich jetzt, Digga. Leute. Ja, okay, jetzt komm ich aber hoch. Jetzt komm ich aber hoch. Wie gesagt, der wird wohl los, oder der wird wohl los? Okay. Ey, halt, du mal. Darf ich mal besuchen? Jetzt probierst du mal, Digga, Leute. Ja. Da unten ist... Abgeschmiert doch. Er hat er auch, Digga. Er probiert seinen eigenen Prank aus, Digga. Aber es ist unschaffbar, Leute. Er probiert es jetzt immer noch, Digga. Was nützt nichts. Digga. War schon ein geiler Prank. Ich dachte, als Ernst, Alter. Aber als Ernst, hast du mich für mich jetzt was da oben? Warte, ich guck jetzt. Nichts verraten, Digga. Was hast du mich dafür oben gemacht, Digga? So, was hat er mich für mich gemacht? Was ist das? Hey, Digga, da ist doch gar nichts. Digga. Soll ich dir was sagen? Dafür bekommst du es mit dem Stuhl. Hier, nie mehr. Bang. Vergiss dich, Digga. Ich will dich nicht mehr sehen. Mal, Digga. So, Leute. Nice ein Prank von ihm. Runterrutschen merke ich jetzt nicht. Die Flasche kann fliegen. Verstecke. Ja, Leute. Wir sind hier ganz entspannt. Bei mir zu Hause. Fußball? Keine Ahnung. Irgendwo. Ja, Leute. Wir sollen sagen, like das Video. Schwer... Leute. 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 Alter. Schwer... Leute. Schwert ihn auf alle Fälle zurückquenken. Also lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Video. Bye, bye.